Gut, ich stelle mich erstmal kurz vor. Also ich bin Oliver Vettermann und bin Teil dieses riesigen Konsortiums, auf das wir gleich noch blicken werden. Und das sieht man vor allen Dingen auch daran, dass da ja zum einen zwar steht, wo ich arbeite, also für Fitz Karlsruhe, aber auf der anderen Seite ist da ja auch noch dieser NFDI for Culture Teil, deswegen steht da auch hier, dass ich für das TA5 zuständig bin, für die rechtlichen Aspekte und bearbeite da vor allem das Datenschutz- und IT-Sicherheitsrecht mit meinem Kollegen Grishka Petri, der da die urheberrechtlichen Aspekte sozusagen beleuchtet und zusammenarbeiten wir halt immer irgendwelche Fragen auf, die sozusagen reinkommen. Aber da komme ich dann später nochmal im Detail drauf. Deswegen steht da aber dieses hier dazu und eigentlich bin ich aber, um darauf noch einzugehen, hier, um das CCO abzubilden. Das ist ein Teil dieser großen Infrastruktur oder dieser, sagen wir, Kommunikationsinfrastruktur, die es gibt in diesem Konsortium. Und das merken wir uns alles hoffentlich schon ein bisschen. Und wenn ich es vergesse, gehe ich jetzt ansonsten in Fragen drauf ein. Aber wir kommen auf jeden Fall drauf, warum das so grob wie funktioniert. Denn darüber werde ich heute so ein bisschen berichten, was die Idee hinter dem ganzen Konsortium ist, so ein bisschen auch, wie es aufgebaut ist und ja, was wir eigentlich so machen. Das Konsortium besteht im Kern so ein bisschen aus drei Schichten, wie man da ganz gut erkennen kann. Die tiefste Schicht ist die der Co-Applicants. Das sind alle die, die diesen Antrag bei dieser großen DFG-Initiative eingereicht haben und die einzelnen Arbeitspunkte, Arbeitspakete, wie auch immer, mit aufgestellt haben, wo auch das Witz Karlsruhe zu zählt und viele, viele andere, wie Sie da sehen. Und die bilden sozusagen den Kern oder das Zugpferd dieses ganzen Konsortiums, damit die gemeinsam sozusagen diese Vision dann auch umsetzen können. Das schaffen wir aber nicht allein. Denn die Idee hinter diesem ganzen Konsortium ist ja, dass wir als Teil der nationalen Forschungsdateninfrastruktur für kulturhistorische Daten oder Daten, ob jetzt personenbezogen oder nicht, mit einem entsprechenden kulturellen Bezug, oder der Geisteswissenschaften vor allen Dingen, dass die entsprechend verfügbar gemacht werden, aufbereitet werden und so weiter und so fort. Und da brauchen wir aber natürlich auch die Institutionen, die damit auch nicht nur wir als Co-Applicants, sondern auch alle anderen, die damit zu tun haben, die Erfahrungswerte, die Fragen und durchaus auch die Erfahrung. Und das schaffen wir dann nur über die Participants. Das sind dann die, die sozusagen wie so eine Art assoziierte Partner mitarbeiten, mitkonstruieren, mitdiskutieren und auch vielleicht zum Beispiel ihre Tools oder ihre Dienste zur Verfügung stellen als Teil dieser Infrastruktur. Und gleichzeitig treten wir in großen Veranstaltungen, Foren, Workshops, Community, Plenaries sozusagen, wo wir dann halbjährlich vorstellen, was so ein bisschen passiert ist, was sich geändert hat, was für neue Dienste wir anbieten können sozusagen für die Wissenschaft oder für die Communities. Wir treten in Interaktion und bieten nicht nur an, sondern fragen auch und nehmen das auf sozusagen so ein bisschen, wie das ist mit der Kunst und dem Künstler oder der Künstlerin als Seismograph der Gesellschaft. So sind wir sozusagen der Seismograph der Wissenschaft, der dann entsprechend die Fragen, die Sorgen so ein bisschen aufnimmt, aufbereitet zum Beispiel, versucht dem abzuhelfen, das als Bedarf sieht und die Bedarf versucht zumindest zu erfüllen. Die Grundidee dieser gemeinsamen Struktur oder dieser großen Struktur geht eben aber auch nicht nur, sagen wir, regional gebündelt, sondern ist in ganz Deutschland verteilt. Das sieht man daran, wo die Co-Applicants zum Beispiel sitzen und auch wo die Participants sitzen. Die sehen Sie da jetzt nicht auf dem Bild, aber die sind eben in ganz Deutschland verstreut, weil wir sozusagen eben auch von den Ländern, weil ja zum Beispiel die einzelnen Glam-Institutionen oder Universitäten ja teilweise auch unterschiedlich im Landesrecht zum Beispiel unterliegen, andere Erfahrungen da gemacht haben und so weiter und so fort, dass wir das auch abfangen, sozusagen regionale Besonderheiten, sagen wir mal. Und das versuchen wir entsprechend auch so ein bisschen zu streuen beziehungsweise durch die Streuung abzufangen. Und es gibt jetzt noch ein paar Zahlen. Das ist für Menschen natürlich immer ganz interessant, weil man dann sagen kann, da passiert was. Das sieht man daran, dass wir eben diese vielen Fachdomänen haben, zu denen ich dann gleich noch komme, die natürlich auch sinngebend sind für die Interdisziplinarität in diesem Konsortium. Wir haben in den letzten zwei Jahren, glaube ich, elf Workshops und beziehungsweise elf Workshops in diesen sechs Foren gemacht. Diese Foren sind in unterschiedlichen Themen passiert, in unterschiedlichen Themenbereichen oder Themenspezifikationen, die dann auch die Entwicklung des Konsortiums oder der Dienste vorangetrieben haben. Wir haben Sektionen gebildet und so weiter und so fort. Das geht dann noch weiter. Das müssen Sie jetzt nicht alles lesen, sozusagen, um Gottes Willen. Wir haben einen Locket-Chat, über den wir kommunizieren. Es gibt regelmäßige For-Culture-Hours auf Twitter, wo dann nochmal diskutiert wird in den sozialen Netzwerken. Es gibt Berichte, Fachvorträge. Diese Fachvorträge werden auch dann publik gemacht, bald auf einer der Plattformen von den Co-Applicants dann, dass das auch möglichst breit nutzbar ist und nachnutzbar ist und auch zitierbar ist. Also das ist so diese Struktur. Und man sieht vielleicht das Verdeutlichen, diese Zahlen, auch wenn Sie jetzt nicht unbedingt einen Vergleich sehen im Vorjahr oder zu einem halben Vorjahr zurück. Es wächst und es wird immer größer und es hat auch eine gewisse Berechtigung, dass diese Plattform eben geschaffen wird, auf der sich Forscherinnen und Forscher entsprechend interdisziplinär austauschen können und gemeinsam diese Probleme lösen können, die sie haben. Aber wir sehen ja hoffentlich nicht nur Zahlen, sondern hinter den Zahlen stecken auch Menschen. Sie sehen da ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen von mir, mit denen dieses gesamte Vorhaben sozusagen vorangetrieben wird. Und das sind nicht sozusagen die Einzigen, sondern wenn Sie sich an diese Folie vorhin zurückerinnern, das sind ja eigentlich noch vielleicht zehnmal so viel, hundertmal so viel, wie Sie da auf der Folie sehen, weil das Ganze ja entweder sich im Wachsen befindet oder ja nicht nur eine Institution für drei MitarbeiterInnen steht, sondern natürlich vielleicht für einen ganzen Forschungszweig. Also ja, man sollte die Menschen dahinter nicht aus den Augen verlieren, vor allen Dingen die Kommunikation nicht. Und deswegen widmen wir uns, also da unten zum Beispiel aus den Geisteswissenschaften eben, den Communities der Architektur, der Kunsthistorie und so weiter. Und das ist nur, das sieht man daran schon mal als Vorgeschmack, auch nur ein Teil der Geisteswissenschaften. Also wir können ja zum Beispiel nicht alles abbilden, sondern wollen sozusagen mit den anderen dreien, den Sie da sehen, also jetzt insgesamt vier, die Digital Humanities abbilden und da gemeinsam diese Problemlösungen aus unterschiedlichen Disziplinen und deswegen auch aus unterschiedlichen Sichtweisen sozusagen lösen, finden. Vielleicht auch manchmal, weil ganz oft kommen Problemen rein, technischer Natur, rechtlicher Natur. Da hört man dann zum ersten Mal von und fragt sich, warum ist mir das eigentlich noch nie passiert? Und die Lösung schaffen wir auch bei NFDI for Culture teilweise nur in Kommunikation mit den anderen Konsortien. Aber da komme ich dann noch zu, ein bisschen, wie das noch funktioniert, außer dass wir teilweise KollegInnen haben, die auch in mehreren Konsortien eingeteilt sind. Und da so ein bisschen hin und her laufen, wie ich, die verschiedene Rollen haben. Da gibt es verschiedene Modelle, die da vor allen Dingen aus dem Agilen abgeleitet sind. Die Sektionen sind dafür da, dass diese Expertise gebündelt wird und dann sozusagen Top-Level aus den verschiedenen Konsortien dann die Expertise zusammenkommt und die Probleme, die in einem Konsortium auftauchen, dahin gebracht werden und aus verschiedenen Ecken gelöst werden. Die Workshops sind auch dazu da sozusagen, um auch mit verschiedenen Konsortien oder alleine ein Konsortium, aber mit verschiedenen Expertisen aus einem Konsortium, da komme ich dann noch darauf zu sprechen, auch Probleme, Bedarfe aufzudecken, Probleme entgegenzunehmen, Bedarfe entgegenzunehmen und diese dann, ja, zu lösen. Dann gibt es noch eine Art Draufsicht, nochmal aus einer anderen Perspektive, nämlich die internationalen Beziehungen, die sich vor allen Dingen damit zeigen, dass wir nicht nur die Communities, auch wenn das nicht nationale Forschungsdateninfrastruktur ist, dass wir das nicht nur national begreifen, sondern wir müssen uns ja mit der European Open Science Cloud und auch dem GAIA-X-Projekt der EU immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, Forschung endet nicht an der Grenze. Es gibt keine Grenze für Forschung, sondern die Ergebnisse werden natürlich international genutzt. Und die internationale Ergebnissenutzung führt natürlich dazu, dass wir das nicht nur international zur Verfügung stellen müssen, sondern damit dann zum Beispiel auch über die Nutzung internationaler Standards nachdenken müssen. Also das ORCID-System, was immer mehr Anlauf nimmt, das ja nicht nur, also das funktioniert zum Beispiel, das kann ich aus Erfahrung sagen, für die juristischen Disziplinen eher nicht so, weil es da keine DUIs gibt oder zumindest selten, für andere Disziplinen aber schon. Und es ist jetzt sozusagen auch die Aufgabe, die verschiedenen Disziplinen darauf vorzubereiten, dass zum Beispiel die ORCID da Anlauf nimmt und da auch immer wieder eingebettet wird, um das mal als Beispiel zu nehmen. Nun, der Überblick über das Grundvorhaben ist, denke ich, jetzt soweit erst mal da. Kommen wir aber zu der eigentlichen Frage, wem oder was widmen wir uns dann eigentlich? Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht. Das eine ist die Analyse von solchen kirchlichen Bauten oder Tafeln, die damit passiert, dass 3D-Analysen gemacht werden mit Laserscanning und dann geguckt werden kann zum Beispiel, wie das Relief ist. Die einzelnen Maße können analysiert werden und verglichen werden. Und das ist natürlich dann relevant, wenn Vergleiche gemacht werden, wenn dann geguckt werden muss. Man kriegt nicht raus, wer hat das eigentlich gemacht? Gibt es Vergleiche zu anderen Tafeln und findet man dann vielleicht den Urheber oder die Urheberin oder die Werkerstellerin, findet man die so auf diese Weise raus? Das geht aber nur, wenn man zum Beispiel diese ganzen 3D-Daten so international, also nicht international aufarbeiten, das ist ein bisschen komisch, aber so aufbereiten kann, dass sie auch international nutzbar sind. Denn wenn jetzt zum Beispiel das Forschungsinstitut, dass das auflösen kann, in Genf sitzt, was wir noch nicht wissen, und die eigentliche Institution, die diese Tafel analysiert, in Deutschland sitzt, dann braucht man eben diesen Austausch. Und den schaffen wir vor allen Dingen mit, oder wollen wir schaffen, sage ich mal besser so, mit den Diensten oder mit den Ideen, die wir in NFDI for Culture entwickeln. Ein zweites Beispiel ist die Analyse von Performances, also von Punktwolken, die dadurch gebastelt werden digital, dass jemand mit so einem tollen Anzug und Motion Capturing und Co. durch einen entsprechend abgemessenen und vorbereiteten Raum tanzt und dadurch dann auch diese Bewegungen und vielleicht gewisse Tanzstile, die vielleicht irgendwann später nicht mehr wirklich abrufbar sind, und weil die Generation, die das eigentlich mal gelernt hat und noch kennt aus der Vergangenheit, das nicht mehr wiedergeben kann, weil sie weg ist. Sowas wird dann entsprechend nachnutzbar gemacht, sozusagen aus dem kulturhistorischen Kontext. Und auch das geht eben nur, indem da verschiedene Player, verschiedene Institutionen zusammenarbeiten, ihre Expertise zusammentun, damit eben auch ein wirklich gut, qualitativ, gut nachnutzbarer Datensatz entsprechend, ja, da ist. Um das nochmal sozusagen aufzugreifen, an diesen zwei, oder diese zwei Beispiele sind ja sinnbildlich für das, was wir dort sehen, nämlich die einzelnen Beispiele. sind auch nur eine Mischung aus verschiedenen Datensätzen, entweder aus Videos oder aus Punktwolken, 3D-Modellen, vielleicht auch mit Ton verknüpft, an welcher Stelle passiert welche Bewegung, auf welchen Taktschlag. Sowas ist eben so komplex, dass wir auch verschiedene Institutionen brauchen, um diese multimodalen Datentypen analysieren und nachnutzbar machen zu können. Also das sind die Probleme, denen wir uns zum Beispiel stellen. So. Wie wir das aber machen, darauf oder die Antwort darauf zeigt sich in den Task Areas und das ist ein, sozusagen ein Trivial Pursuit des Forschungsdatenzyklus, wenn man so will. Was, glaube ich, ganz gut ersichtlich ist, ist, dass das Ganze, wenn man sich das im Uhrzeigersinn anguckt, im Uhrzeigersinn, nicht sind, anguckt, im grünen Bereich und dann so ein bisschen rumgeht, dann geht das Ganze bei der Datengewinnung los, geht dann über die Verarbeitung, Aufarbeitung, über die Standards bis hin zur Verfügungstellung, also zum Verfügungstellen der Daten und dann aber auch die Nachnutzung. Und die Nachnutzung geht dann über TA5 und TA6, das heißt, entweder bei TA6 die Expertise weitergeben, die Qualifikationen und Trainingsangebote zur Verfügung stellen, wenn da jetzt jemand besonders gute Erfahrungen gemacht hat, aber auch in TA5 die ethischen und rechtlichen Fragen zum Beispiel, dass man sich denen stellt, aber auch die technischen Herausforderungen, die infrastruktureller Art sind, also welche Infrastruktur eignet sich zum Beispiel und wie gut eignet sich die für die Nachnutzung. Das ist so, das ist so der grobe Überblick. Und Sie erinnern sich, ich habe das vorhin schon mal gesagt, mit den ganzen Menschen, Menschen bedeuten natürlich immer Kommunikation. Kein Projekt kommt ohne Kommunikation aus, ansonsten kommt es ins Stocken, zumindest meine Erfahrung. Und auf der anderen Seite geht auch keine Kommunikation ohne Kommunikation. Also selbst wenn da Schweigen ist, dann heißt das vielleicht, jemand möchte nicht mit einem arbeiten. Aber das soll ja nicht Sinn der Sache sein, sondern in NFT4Culture, das kann ich Ihnen bestätigen, ist es so, dass wir alle sehr, sehr viel miteinander arbeiten wollen und sehr energisch daran arbeiten, die Forschung voranzubringen. Und dafür braucht man dann auch diese ganzen Sachen, wie das NFT4Culture Portal, also die Webseite, wo Sie vielleicht schon mal drauf waren, der Helpdesk, die Dissemination, also den gesamten Ansatz mit dem Training, den ich eben erwähnt habe, aber auch die Dokumentation, also wie sind wir eigentlich an die Problemlösung herangegangen. Es ist viel, viel Arbeit und all diese Dinge passieren sozusagen auch in jeder TA oder die TAs, deswegen auch die ganzen Bögen, spielen in diese einzelnen Töpfe ein. Die TAs, also die Task Areas, die Arbeitsgruppen, wenn man auf Deutsch so will, widmen sich also diesen ganzen Fragen bei der koordinierten Digitalisierung, haben die Aufgabe, in den einzelnen Bereichen entsprechend diese Bedarfe zu analysieren und dann aber auch sozusagen zu verarbeiten, gemeinsam mit den anderen TAs, wieder sozusagen der Ansatz der Interdisziplinarität oder, ja, genau, das ist ja eben der Ansatz. Ich denke das mal nicht mehr weiter, sondern bleibe bei der Folie und vor allen Dingen bei der TA1, deswegen ist unten rechts auch grün, denn die TA1 hat ja vor allen Dingen die Digitalisierung eben zur Aufgabe, also die Anreicherung von Daten, die eben da sind, beziehungsweise die erstmalige Generierung dessen und es geht vor allen Dingen darum, da auch zu helfen, welche Best Practices gibt es für gewisse Analysen zum Beispiel oder wie kriege ich jetzt zum Beispiel bei der Statue, die wir da links auf dem Bild sehen, besonders gut das Relief abgebildet. Solche Fragen werden mit den Best Practices beantwortet und vielleicht auch mit den Standards, die sich dann aus den einzelnen Bedarfen, aber auch aus der Community heraus ergeben und es gibt durchaus Forscherinnen und Forscher, die vielleicht das erste Mal versuchen, sowas zu tun und wollen dann sozusagen jemanden fragen und dann ist die TA1 oder sind wir bei NFDI for Culture mit der TA1 eine Anlaufstelle. Das ist so der Gedanke dahinter. Ansonsten hilft natürlich die TA1, wenn das komplexer ist, auch so ein bisschen das zu streuen in den anderen TAs. Zum Beispiel, wenn es dann um die Erhebung geht, dann landet das oft bei mir im Datenschutz mit der Erhebung und ob das personenbezogene Daten sind, was man dann beachten muss und so weiter. Also so hängen wir dann alle schon mal zusammen. Das sieht man an dem Beispiel ganz gut. Ja, dann noch ein bisschen was zu TA1. Also das ist noch ein bisschen konkreter. Das ist fast schon das, was ich eben gesagt habe. Nur noch ein Stück konkreter. Also es geht da vor allen Dingen um die Werkzeuge, wie man vielleicht rausgehört hat, um die Standards. Also dass wir zum Beispiel auf offene Standards eben auch setzen, damit die Forschung nach dem FAIR und dann weitergedacht noch auch oder mit dem Care-Prinzip entsprechend nachnutzbar ist und problemlos auch nachnutzbar ist und gut nachnutzbar ist und leicht zu erreichen. Das Ganze, also diese ganzen Sachen mit den Standards, das habe ich eben noch nicht erwähnt und auch die Verwendung der Werkzeuge und Best Practices passiert immer. Das wiederholt, ich wiederhole mich sozusagen eigentlich die ganze Zeit. Das passiert immer iterativ mit der Community. Das heißt, es kommt ein Bedarf. Wir versuchen, den zu lösen. Wir geben das zurück. Dann wird geguckt, war das gut? War das schlecht? Das ist ein bisschen so ein Evaluationszyklus. Mit dem Feedback versuchen wir dann zu arbeiten. Und wenn wir irgendwann später vielleicht mal feststellen, das Problem hatten wir schon mal oder die Lösung hatten wir auch schon mal, eignet die sich an einer anderen Stelle auch und wenn sich dabei eine bessere Lösung findet, die dann weiterzuspielen. Also es ist wie ein riesiges Kommunikationsnetz und das passiert vor allen Dingen eben in der TA1 mit der Anreicherung und Annotation. In der TA2 passiert das Ganze mit den Standards, Vokabularen und der Datenqualität. Also da geht es dann sozusagen daran, die Daten, die da sind, vielleicht auch in Standards zu überführen, Metadaten entsprechend auch anzureichern und Normdaten und die Vokabularentwicklung voranzutreiben in den einzelnen Forschungsdisziplinen, für die NFDI for Culture steht. Vor allen Dingen das Verfahren zur Erhebung und Gewährleistung der Datenqualität ist da immer mal so ein Problem, weil Daten verändern sich auch, auch wenn wir das nicht unbedingt sehen. Also auch eine Festplatte hat eine technische Lebenszeit und wird irgendwann das Zeitliche segnen. und es geht vor allen Dingen darum, wie sowas dann ohne eine Verzerrung zum Beispiel durch technische Probleme auch gespeichert wird und aufbereitet wird und dafür auch Standards zu entwickeln oder schon das bei der Erhebung mitzudenken, dafür ist TA2 da. Die TA3 hat dann die Aufgabe so ein bisschen, die hängt auch so ein bisschen mit der TA2 zusammen, denn wenn man jetzt an die technischen Standards denkt, dann sind Tools und eine Übersicht, sage ich mal, für Forscherinnen und Forscher nicht weit, denn die Übersicht ist dann die Service Registry, also es geht darum, dass existierende Forschungswerkzeuge und Datendienste eben sichtbar gemacht werden und wir nicht sozusagen als NFDI for Culture und als riesiges Projekt beim Urschleim anfangen und dann plötzlich alles neu entwickeln wollen, das funktioniert ja so nicht, sondern wir wollen auch das Spotlight sozusagen auf die Dinge setzen, die schon längst da sind, die vielleicht keiner gesehen hat, aber die das Problem lösen. Und da soll dann eben die Service Registry zum Beispiel helfen, es soll auch eine Art Zertifizierungsprozess oder ein Label sozusagen dann generiert werden in Zukunft, das helfen soll sozusagen durch den Dschungel der Tools ein bisschen durchzuführen und das ist so die Hauptaufgabe der TA3, die beschäftigen sich halt mit dem ganzen technischen Unterbau und wenn wir dann von der Speicherung und von dem ganzen, ja, von der Speicherung, von der Erhebung und so weiter, nee, ich wollte bei der Erhebung anfangen, von der Erhebung, Bearbeitung dadurch sind, dann kommen wir bei der Speicherung an, das wollte ich sagen, bei der Speicherung und der Publikation, also der Zurverfügungstellung und da geht es dann vor allen Dingen um die Typisierung, da gibt es dann MitarbeiterInnen beziehungsweise KollegInnen, die sich damit auseinandersetzen, wie oder welche Repositorien sich dafür eignen. Es ist auch ein neueres Repositorium sozusagen geschaffen worden mit Radar for Culture, gar nicht mal lang her, ich glaube einen Monat jetzt oder zwei, dass da zum Beispiel für, zwar, oder ich muss anders anfangen, nicht für personenbezogene Daten, aber für Forschungsdaten in diesem Bereich abseits von personenbezogenen Daten auch zur Verfügung steht. Whisky zum Beispiel, das ist wahrscheinlich auch ein Begriff, ist auch dafür gedacht, eben das Ganze zu unterstützen, das ist ja auch ein Tool, was schon da ist und die Steigerung der Nachhaltigkeit, semantische Publikationsumgebungen zum Ziel hat. Also hier geht es vor allen Dingen darum, das, was wir in den TA 1 bis 3 sozusagen zu erreicht haben, nicht erreicht haben, um das, also wir wollen das da erhalten und die Nachnutzung sozusagen auch bei der Speicherung dann weiterführen. Die TA 5, die gliedert sich so ein bisschen, da hoffe ich, dass Sie sich nicht gleich erschrecken, ich muss mal gucken, dass ich dann gleich hier auf diesem Mini-Mini-Bildschirm über meiner Tastatur auch die richtige Folie erwische. Die TA 5 ist so ein bisschen komplexer, weil die sich ja in den technischen und in den rechtlichen Teil gliedert, wenn Sie sich erinnern. Also es gibt den Overarching Infrastructure Teil, der dazu führt, dass wir erst mal darüber nachdenken müssen, welche Kollaborationsinfrastruktur wir haben als Projekt, die wir auch teilweise zur Verfügung stellen, also zum Beispiel der Rocket Shand, der vorhin schon gefallen ist, ist so eine Form davon und es geht aber auch darum, dann das Ganze, muss ich mal gucken, genau, noch weiter zu denken. Also wir wollen nicht nur eine eigene Infrastruktur haben, sondern wir wollen ja, das ist ja so der Grundgedanke eigentlich, eine Infrastruktur für die anderen schaffen und die Sachen, die Ergebnisse, die wir gefunden haben, wollen wir ja möglichst gut nachnutzbar weitergeben. Das heißt, wir nutzen das CRIS-System, diesen Infrastrukturstandard, der dafür gedacht ist ja, Kultur- oder Forschungsdaten im Kulturbereich besonders zu strukturieren und das Ganze passiert dann eben nach dem, also technisch gesehen nach dem Serif-Format und das Culture Information Portal, das kennen Sie alle, das ist eigentlich die Webseite. Da kommen wir dann später nochmal drauf, was da der Kniff dahinter ist, aber Sie sehen schon an den anderen Punkten, es ist eben ein sehr vielschichtiges System, Sie sehen vorne nur eine Webseite, aber dahinter steckt auch viel mehr, zum Beispiel die Schnittstelle der Linked Open Data und dahinter steht natürlich auch der maschinenlesbare Zugriff auf Forschungsdaten. Damit verknüpft, das mache ich jetzt ein bisschen kürzer, ist natürlich auch der Culture Knowledge Graph, wo die Idee dahinter steckt, sozusagen über das Culture Information Portal, also die Webseite, den Zugang zu finden, einen einfachen Zugang zu finden, zu einem Wissensgraph, der die ganzen Informationen mit gewissen W3C Standards abbildet und da auch breit und groß und verknüpft zuständig macht und leicht durchsuchbar macht. Das ist so die Grundidee, zumindest das, was ich von Harald Sack verstanden habe. Das ist so der technische Teil der TA5 und es gibt auch den Nigel Helpdesk und das ist dann meine Wenigkeit, ich fasse mich jetzt trotzdem kurz, wo es dann eben um die Rechtsfragen geht, die in der Forschung in diesen Bereichen auftauchen. Ich sagte ja schon datenrechtlich, datenschutzrechtlich, manchmal ein bisschen IT-Sicherheitsrecht, wenn es dann um gewisse sichere Speicherungen geht, wo vielleicht nicht jede Person ran darf. Um ethische Fragen teilweise auch, um rechtsethische Fragen. Da haben wir auch gewisse Gremien, wie das Culture Advisory Council, das sich dann mit diesen Fragen nochmal auseinandersetzt. Und unsere Aufgabe ist es schlecht, nicht schlecht, um Gottes Willen schlicht und hoffentlich gut, rechtliche Fragen zu klären, Rechtsunsicherheiten zu reduzieren, Dokumente zur Verfügung zu stellen, die eine Übersicht bieten und die Unsicherheit am Anfang der Forschung, also wenn wir wieder an TA1 zurückdenken, was mache ich jetzt, wenn ich anfange zu forschen, darf ich das überhaupt, darf ich diese Daten erheben und das dürfen, das klären wir. Die TA6 ist dann sozusagen so ein bisschen mit der TA7 auch das Bündeln von allem, was wir aus den TA1 bis 5 gelernt haben. Das heißt, es geht hier um die Bündelung bestehender Entwicklungen und neuer FDM, also Forschungsdatenmanagement, Weiterbildungsangebote, die Erstellung von Handreichungen, FLQs und so weiter, die aber nicht nur in TA6 alleine macht, sondern auch die anderen TAs machen zum Beispiel diese Handreichungen, die FLQs und so weiter und spielen die dann dahin und da geht es vor allen Dingen um die institutionelle Unterstützung, also Institute, Museen, Archive und so weiter. Und TA7 ist sozusagen, deswegen schließt sich jetzt der Kreis auch ganz schön, wenn die TA6 dann die Sachen aus TA1 bis 5 aufbereitet, nochmal so ein bisschen und zugänglich macht. Also die Nachnutzung von dem, was wir eh schon tun, sozusagen die Nachnutzung der Forschung über Forschung, überhaupt erst mal anstößt, macht TA7 genau sozusagen den Kreis zu, in dem sie die Forschung wieder anstößt und wieder TA1 den Schub gibt und dann gibt es diesen Strudel, von dem ich vorhin gesprochen habe. Es geht also darum, Forscherinnen und Forscher, die für sich vielleicht noch nicht mal trauen, darüber nachzudenken, Forschung zu betreiben, Ideen und Innovationsmanagement an die Hand zu geben, also das Ganze zu fördern, die Entwicklung vielleicht sogar neuer Tasks in NFDI for Culture, neuer Maßnahmen, neuer Aufgaben, die sich aus Bedarfen ergeben, die eben noch in Kinderschuhen stecken. Dann gibt es nochmal den Gesamtüberblick, der am Ende nochmal abbilden soll, all diese Informationen, ob es Datenstandards sind, die rechtlichen und ethischen Fragestellungen, die Culture Training Offensive, die wir in TA6 gesehen haben, ich hoffe, ich habe jetzt die richtige TA erwischt, alles, all diese Punkte, die wir eben gesehen haben, in den sieben TAs, die landen auch mal mehr, mal weniger, je nach Eignung, in irgendeiner Form in diesem Culture Knowledge Graphen und den finden sie eben sozusagen über die flache Ebene oben, sozusagen über die, sie gucken sozusagen von oben auf das Information Portal und sehen dann diese Bandbreite an Informationen und graben sich dann sozusagen nach und nach voran. Und das belegt so ein bisschen, dass NFDI for Culture ein riesiger Bienenschwarm ist mit verschiedenen kleinen Bienenvölkern, die alle ganz fleißig arbeiten und sie sehen von außen nur den Bienenstock sozusagen und sehen das bunte Treiben und können daraus Informationen ziehen. Ich bin jetzt auch fertig und danke für Ihre Aufmerksamkeit.